aktiviere orbital düsen so da sind wir und wir versuchen jetzt mal ne runde mit den leuten hier zu spielen oh meiner ist dahinten okay wir rüsten uns aus wir nehmen das hier mit das hier mit das maschinengewehr das ist die neue waffel genau die auch noch und das geschütz und bereit machen auf geht's in einer neuen runde ab in die schlacht zack frisch gelandet holen wir erstmal nachschub dann holen wir mal die waffe die neue okay ich nehme die waffe und hier alles fällig gemacht okay bin ich mal gespannt auf die neue waffe cool krass die hat auch drei magazine das ist auch schon mal cool genau meine vorräte waren das können wir eigentlich nachladen und direkt wieder eine neue nehmen schießt auf mich so leute wie sieht's aus kann man erstmal ein bisschen hier rum gucken die waffe ist auf jeden fall besser wie dieses stumgewehr dieses maschinengewehr sehr gut haben wir die okay die waffe ist so viel cooler wie die andere oder ich okay jetzt gehen wir weiter lass mal zusammen bleiben leute der eine ist noch da hinten geblieben die wollen da hin genau okay gebiet gesichert ha okay was gibt es hier noch kann man nachladen und die munition nachnehmen okay jetzt laufen wir wieder zurück ne ist dann nur am laufen hier okay okay da oben hat er markiert da ist irgendwas der eine macht da action schon sind die proben nicht für alle da da ist auch irgendwas ich dachte die sind für alle da ja komm gehen wir wieder rein demokratie ist auf dem weg demokratie ist auf dem weg okay okay dann machen wir erstmal das gebiet hier erstmal platt was alter das ist ein ganz fetter ne was können wir den holen das Der 1 holle Nachschuf, bis gleich. Äh. Robitalschlag. Robitalschlag. Auf Feuer im Anflug. Abstand halten. Alter. Und Gebiet gesichert. Das ist jetzt immer mal eine neue Waffe. Okay, da können wir eine Granate schmeißen. Okay. Okay, nehmen wir mal die Munition mit. Auch erledigt. Okay, dann ziehen wir weiter. Da gibt es noch irgendwie so Zeugs. Okay, Munition. Flammenwerfer, ne, will ich nicht. Ich bleibe jetzt bei meiner Waffe, die ist so gut. So, was sagt die Karte? Da sind noch Feinde, okay. Was können wir denn holen? Äh. Alter, da knallt es aber richtig. So, die ganzen Nester sind jetzt kaputt. Und Gebiet gesichert. Die ist so cool, die Waffe. Und die lädt auch schnell nach. Alter. Puh. Krass, alter, er geht das ab. Oh, fall nicht runter. Fall nicht runter, nein. Das, lass uns mal weiter. Äh. Äh. Hat er Munition gefunden. So, heilen kannst du dich auch. Okay, lass mal weiterziehen. Okay, lass mal weiterziehen. Das ist ja nix. Der kann gar nicht mehr. Der braucht ein bisschen Ausdauer. Alter, voll die lange Wege. Er bitte Ausrüstung für Ziel. Wir benötigen ein Geschütz. Wir benötigen ein Geschütz. Jetzt wollen die Geschütz hier. Was wollen denn alle Geschütze hier? Ich bin am Terminal. Oh. 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 Okay, wo kommen die? Hier ne Granate rein. Und das nächste ist kaputt. Jetzt haben wir auch voll die Geschütze hier gebaut, Alter. Krass. Kann man hier was machen jetzt hier? Mission abgeschlossen. Krass. Krasser Shit, Leute. Ich hab hier noch ein bisschen gekriegt. Okay, die Geschütze, die sind da noch am Schießen. Wir haben nur noch eine Granate. Zwei Spritzen. Vordere Vorräte an. Ausrüstungspaket trifft ein. Sehr gut, die ganzen Ausrüstungen Voll geil, echt Jetzt sind wir voll bewaffnet Was hat der geholt hier? Maschinengewehr, ne das will ich nicht Wir bleiben bei unserem, das ist meine neue Lieblingswaffe Okay, das ist der Punkt Da müssen wir hin Das Geschütz noch 20 Sekunden, ne, okay Wenn wir das Geschütz holen Sehr cool, ey, das ist so cool mit anderen zusammen Okay, von hinten kommen die nicht Das kann man noch holen So cool Ha Jetzt knallt es hier aber gewaltig Okay, da ist die Mauer dazwischen Okay, da haben wir es, ne Das war doch mal ne cool Runde So cool Okay, da ist die Mauer Genau, wird es der Wachs Okay, da ist es der Wachs Okay, da ist die Mauer sehr gut hat er XP ohne Ende ok, zurück in die Basis sehr cool kannst du von jedem noch die Statistik sehen ah, ok ja, cool zurück zum Schiff ok, dann machen wir hier eine Pause, würde ich sagen ich sage danke und bis dann, ciao, ciao